Was war der Empfang am Flughafen der Schoffer, der uns sehr freundlich empfangen hat und der uns dann direkt in die Hotels gefahren hat, anschliessend der erste Termin hier. Der Empfang war sehr herzlich und auch informativ, was jetzt da kommt und er vor allem vom Umhaus und von den Terminen und vom Personal, das sehr rumschwirrt so viele Leute, hat mich sehr beeindruckt. Die Ärzte, ich habe eine Operation machen müssen, war sehr, sehr gut und bis jetzt sehr zufriedenstellend. Und die Damen, die hier noch arbeiten, also die Zahnärztin mit uns mitarbeiten, die sind natürlich sehr, sehr lieb und sehr freundlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020